Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute möchte ich nur meinen Senf zur Diskussion dazu geben, welchen Kameraden man sich bei Flüchtige Farben im Flug aussuchen sollte. Und zwar kann man innerhalb der Aktion Flüchtige Farben im Flug, das ist jetzt noch nicht freigeschaltet, aber kann man dann bald in drei Tagen unter dem Punkt Meeresverteidiger so Marken sammeln, für die man sich insgesamt in Verbindung mit anderen Marken aus anderen Aktionen ein Charakter eintauschen kann. Man braucht 2400 und 1000 von den noch nicht verfügbaren Marken. Und dann kann man sich ein Charakter aussuchen, aber eben nur einen. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Leute darüber reden sehen. Twitter ist auch viel voll davon. Und obwohl es ja noch gar nicht möglich ist. Es ist immer lustig, dass sowas schon immer Tage oder Wochen teilweise vorher Diskussionen stattfinden. Und da dachte ich mir, kann ich auch meine Meinung dazu abgeben. Also ein Ranking habe ich jetzt nicht erstellt, aber ich würde sagen, meine persönlichen Favoriten, also die Charakter, wo ich auf jeden Fall sehe, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich meine, man sollte sich einfach das holen, was man will, ganz ehrlich. Also wenn ihr einfach Xinjiang gerne spielt oder Xiangling oder wen auch immer, holt es euch einfach. Aber rein von der Stärke her ist mein absoluter Favorit von diesen Charakteren, Xingqiu. Er ist der krankeste Supporter, also der krankeste Sub-DPS könnte man schon sagen. Also es ist vor allem seine Spezialfähigkeit, die Regenschwerter, die machen so geisteskrank viel Schaden. Es ist eine Kombifähigkeit, also wenn ihr zum Beispiel einen Pyro-Helden als Main-Helden habt und dann seine Schwerter, löst ihr permanent die Reaktion verdampfen aus, weil seine Schwerter, die fliegen nicht nur einmal, sondern die fliegen permanent passiv, wenn man gegen den Gegner kämpft, auf den Gegner drauf, hält ultralang an, macht ultrafieh Schaden und kombiniert eben mit anderen Elementen hat man noch die Reaktionsvorteile und macht noch mit seiner Elementarfähigkeit an sich ziemlich viel Schaden. Also ich glaube bei Main-Hsing-Shio und Main-Hsing-Shio ist relativ schlecht ausgestattet, macht sie über 20.000 Schaden im Normalfall ohne Reaktion und das ist schon echt heftig. Also für 4-Sterne-Helden ist das echt ein kranker Damage-Output und wenn ihr noch keinen 6-Sterne-Shing-Shio habt, also Sternbild C6, dann solltet ihr ihn natürlich euch unbedingt holen, weil ich würde eigentlich fast sagen, wenn man vor allem als Free-to-Play-Spieler im gewundenen Abgrund und so weit kommen will, ist Xing-Shio nicht unbedingt ein Must-Have, aber er hilft einem schon extrem dabei, überall weiterzukommen. Also wie gesagt, absoluter Favorit. Und ja, meine zweite Wahl wäre dann tatsächlich Yan-Fai, habe ich selber noch nicht so viel vom Sternbild freigeschaltet und ich habe sie tatsächlich auch noch nicht gebildet oder groß benutzt, aber ich finde persönlich ihre Fähigkeiten sind ziemlich gut. Als Pyro-Held, für 4-Sterne-Pyro-Helden würde ich sagen, ist sie auf jeden Fall besser als Xin-Yan und Zhang-Ling, also jetzt rein in dem Vergleich hier. Hat eine super coole Fähigkeit. Passiv stackt immer drei Ladungen sozusagen, also drei Auto-Angriffe ergeben drei Ladungen, dann macht man heftigen Schlag, verbraucht die Angriffe, macht Bonusschaden, ist super easy zu spielen, funktioniert recht simpel und macht ziemlich viel Schaden, wenn man sie gut gebaut hat. Kann ich jetzt natürlich aus persönlicher Erfahrung nicht so sagen, deswegen ist sie auch nicht mein Favorit, aber ich habe schon Charakter-Builds von ihr gesehen, die wirklich krank viel Schaden machen und das will ich auf jeden Fall auch machen, aber als Free-to-Play-Spieler sind wir leider sehr limitiert, was man alles machen kann in dem Spiel. Aber ja, das wäre auf jeden Fall meine zweite Wahl. Und meine dritte Wahl wäre dann tatsächlich Beidou, weil sie hier der einzige Elektro-Charakter ist und Elektro-Charaktere, zumindest geht es mir so, ich habe keinen 5-Sterne-Elektro-Charakter und von den 4-Sterne-Elektro-Chars finde ich, ist sie eigentlich die coolste oder beste. Sie kann ähnlich wie Xingqiu extrem viel Schaden machen mit ihrer Elementarfähigkeit, wenn sie Schaden abfängt vorher, bevor man die Elementarfähigkeit, also wenn man sie hält, kann sie Schaden abfangen und zurückwerfen und sie hat einen ähnlichen Spezialfähigkeitseffekt wie Xingqiu, den aktiviert man einmal, kann auf andere Charaktere wechseln, Reaktionen mit der Spezialfähigkeit auslösen und zusätzlich auch ziemlich viel Schaden machen. Nicht so viel wie Xingqiu, wesentlich weniger als Xingqiu, viel weniger als Xingqiu, aber eben als Reaktionskombi ist es nicht schlecht. Ansonsten finde ich noch Chongyun auf jeden Fall nicht schlecht, Yunjin ist nicht schlecht, und die anderen drei muss ich ehrlich sagen, Ningguang, Xinjian und Zhanglingge fallen mir persönlich nicht mehr so gut. Also vor allem Zhangling habe ich am Anfang viel benutzt, deswegen ist es eigentlich ein bisschen brutal, sie jetzt hier so unter den Bus zu werfen, aber naja. Aber es ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung, also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Also Xingqiu, ich weiß nicht, ob man das mittlerweile, ich glaube, das kann man schon fast gar nicht mehr als Meinung bezeichnen, das ist eigentlich schon fast eine Tatsache, dass der Charakter einfach broken ist, also er ist viel zu stark für einen 4-Sterne-Charakter, könnte man fast behaupten. Natürlich nicht, also ich meine, so extrem stark ist er jetzt auch wieder nicht, aber ist schon wirklich ein saukooler Charakter. Vor allem passt er halt ganz gut ins Team, weil ich glaube, viele Leute haben auch das Problem, wenn sie zu viele Charakter haben, die aktiv was machen können, dann weiß man nie, auf welchen Charakter wechsle ich jetzt vielleicht oder so. Ist vielleicht auch für Anfänger kein schlechter Held, weil im Endeffekt, man macht nur Elementarfähigkeit, die hat einen 20 Sekunden Cooldown, was extrem lang ist, 20 Sekunden in einem Kampf, das ist ewig gefühlt. Und dann drückt man einfach nur Spezialfähigkeit und wechselt wieder auf seine anderen Helden, also es ist einfach ein Held, der passiv sehr guten Schaden, sehr guten Schaden einfach vom gesamten Team erhöhen kann. Und egal auf welchem Main-Charakter man wechselt, selbst wenn es ein Charakter ist, der ebenfalls Hydro hat, also der keine Reaktion mit Hydro auslöst, ist es trotzdem einfach zusätzlicher Damage, der immer einfach dabei hilft, Gegner schneller zu besiegen. Und ja, das war wie gesagt meine Meinung dazu. Könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben oder welchen Eid ihr euch holen werdet. Ich werde mir nicht Shinjiro holen, weil ich habe ihn schon auf C6, also ich habe ihn schon zwölfmal bekommen oder so, also ich hätte ihn jetzt schon zweimal auf C6, deswegen werde ich ihn mir auf jeden Fall nicht holen. Ich weiß gar nicht, ob das geht tatsächlich, vielleicht geht es auch gar nicht, kann man es noch nicht beurteilen. Vielleicht geht es trotzdem, man würde dann einfach den Sternenglanz bekommen. Ich will es gar nicht ausprobieren, ich werde mir auf jeden Fall sehr wahrscheinlich Yanfei holen. Oder vielleicht sogar Chongyun, ich werde es wahrscheinlich vom Sternenbild abhängig machen. Allerdings muss man natürlich immer bedenken, wenn du bei jemandem schon Sternenbild 5 hast und bei einem anderen Sternenbild 1, würde ich immer eher zu dem 1er tendieren, weil 4-Sterne-Charaktere kriegt man ja zumindest beim Wünschen relativ einfach. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du den Charakter, den du schon bei C5 oder C4 hast, oder relativ bald auf C6 kriegen wirst, einfach nur durch random Pulse oder so, ist eigentlich relativ hoch. Deswegen kann man auch darüber streiten, ob es nicht sogar klüger wäre, sich dann ein Charakter zu holen, bei dem man eher ein geringes Sternenbild hat. Und das wäre bei mir auf jeden Fall Yanfei. Also wahrscheinlich werde ich mir Yanfei holen. Genau. Aber man kann natürlich auch es davon abhängig machen, welchen Charakter man davon überhaupt besitzt. Wenn man noch nicht so viele Helden hat, dann könnte man es natürlich auch davon abhängig machen. Aber mein Favorit, Xingqiu und damit machst du es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen, würde mich selber in den Kommentaren ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.